Wenn ich von Menschen lächle, dann lächeln sie von mir zurück. Das ist der erste Schritt, damit ich auf die zukomme, damit die auch auf mich zukommen. Also wenn ich lächle, ist es genauso wie ein Spiegel. Ich lächle die Lächeln zurück, ich komme zu, dann kommt es wirklich zu. Und das ist sehr wichtig, weil Lachen ist die einzige Sprache, die gemeinsame Sprache überall in der Welt. Also wenn ich lächle von Menschen oder einfach ein normales Smiley, dann alle verstehen mich. Egal ob ich Englisch oder Deutsch oder Arabisch spreche, mit Smiley kann ich mit den Menschen kommunizieren.